Mittwoch, der 3. April 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Mirjam Hanna. Liebe Zuschauer, ich merke es ganz deutlich, mit einer Stunde weniger Schlaf fühlt es sich erst richtig nach Frühling an. Willkommen zu Live-Zielen der Lotto-Zahlen am Mittwoch. Welt-Party-Tag ist heute und einen schönen Jackpot habe ich zu bieten. Lassen Sie uns also bitte direkt loslegen. Kugeln und Ziehungsgeräte sind wie immer ordnungsgemäß kontrolliert. Ich sage viel Glück und Ziehung frei. So, ein Blick an den Schulter zeigt uns. 5 Millionen haben wir heute. Liegt daran, dass der erste, die gerade ein Tiss am Sonntag unbesetzt blieb. Und so kommen wir zur ersten Zahl für heute. Meiner Lieblings-Lotto-Zahlen. Es ist die 13. Bei der zweiten Winkration sah es nicht anders aus. Unbesetzt, unbesetzt. Also niemand, der einen einfachen Sechser ergattert hat. Das ist gut für uns, für die heutige Ziehung. Und unsere zweite Zahlbreite ist die 2. Passt auch schön. Die Lichtig-Sieb-Kugel bei der 2.0-Zahlen-Spiel. 77 hat er auch niemand. Wunderschöne, satte 2 Millionen Euro. Das ist hier aber gut zu holen. Und die dritte Kugel ist Chris' Lieblings-Kugel. Es ist die 7. So, meine Lieblings-Lotto-Zahlen-Sieb-Kugel. Die Super 6 hat es ausgerissen. Auf die ist verlassen. Zweimal 100.000 Euro in den Ausnahm Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch. Das Westlotto. Kugel Nummer 4 ist da. Das ist die 22. Ja, ne? Jetzt ist es, glaube ich, der Partytag ist heute. Den gibt es wirklich erstmals von der Tag 1996 statt. Und es soll einfach die Leute animieren, mehr zusammen zu machen. Also mehr Gemeinschaft. Und unsere fünfte Kugel ist die 9. So, da schließe ich mich wirklich gerne an. Das können wir auch. Und dann tun wir gleich hier ein paar Tipp-Gemeinschaften damit an. Das fördert ja auch das, ne? Und das weiter. So, unsere 6. Die letzte Kugel heute ist die 5. So, und hier schön in einer Reihe die 6 richtigen vom heutigen Mittwoch für unseren Jackpot. Sie wissen es, brauchen Sie noch etwas. Nämlich die richtige Superzahl. Und die ziehen wir jetzt, ich drücke nochmal ins die Daumen und sage, Wigel und Kunzium frei. Was ein schöner Tag heute am 3. April. Let's Party Tag. 5 Millionen sind im Jackpot. Und dann noch eine so herrliche Besuchergruppe bei uns im Studio. Wigel mal und schreib mal. Und unsere Superzahl heute ist die 6. So, es ist vollbracht. Damit stehen alle Gewinnszeiten fest. Und die schauen wir uns gemeinsam in sortierter Reihenfolge nochmal an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 2, 5, 7, 9, 13, 22. Und die Superzahl ist die 6. So, die Zusatzweise reden werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlreihe aus dem Spiel. 77. 2, 3, 6, 5. 2, 3, 6. Und hier ist die Zahlreihe der Super 6. 2, 5, 9, 8, 4, 3. So, damit sind wir für heute auch schon wieder durch, liebe Tipper. Nicht vergessen, auf lotto.de können Sie alle Quoten und Gewinne nachschauen. Und natürlich noch ein bisschen nach uns schauen und stöbern. Ich wünsche eine wunderschöne restliche Woche. Bis Samstag um 19.25 Uhr. Dann sind wir wieder für Sie da. Bis dann, schüss und auf Wiedersehen. Die Live-Zielen der Lottozahlen. Nur auf lotto.de Ja. they that Vielen Dank.